Herzlich Willkommen beim etwas längeren Spielbericht vom Neusiedler Bezirkstabit zwischen den beiden im Frühjahr ungeschlagenen Teams des SC Neusiedl und des ASV Neudorf. Es beginnt mit einem Baukenschlag, denn bereits in der vierten Minute ist es Christian Neurauter, der auf 0 zu 1 für die Neudorfer stellt. Als ehemaliger Neusiedl-Spieler verzichtet Christian Neurauter natürlich auf den Torjubel. In weiterer Folge lassen sich die Neudorfer immer weiter zurückdrängen und die Neusiedler kommen zu zahlreichen Torchancen, welche allerdings großartig von Hannes Barbour, aber auch der Neudorfer Verteidigung abgewehrt werden können. Konterschancen der Neudorfer sind Mangelware und resultieren in erster Linie aus Einzelaktionen, wie hier durch Alexander Lex, der knapp übers Tor schießt. Oder Mario Heller, dessen Stanglpass René Zechmeister im Neusiedlergehäuse gerade noch abfangen kann. Die Neusiedler drücken, ein Tor will ihnen allerdings vorerst nicht gelingen. Die größte Möglichkeit für die Neudorfer vergibt nach einem Korner von Christoph Radak David Dornhacken. Dass es so wenig Konterschancen gibt, ist allerdings auch auf die Neusiedler Spielweise zurückzuführen, die mit taktischen Fouls bereits am Mittelkreis die Angriffe unterbinden. Danach gibt es eine Schrecksekunde für den ASV Neudorf. Den Gohli Hannes Barbour wird bei einer Rettungsaktion unterlaufen und landet unsanft auf seiner Schulter. Nach einer kurzen Behandlungspause kann er allerdings weiterspielen und vereitelt gleich eine weitere Großchance der Neusiedler. Pausenstand 1 zu 0 für den ASV Neudorf. Kurz nach dem Seitenwechsel steht wieder Hannes Barbour im Mittelpunkt, als er nach einem Heber den Ball mit viel Glück über die Latte drehen kann. Auf der Gegenseite darf René Zechmeister nach einem Christoph Radak Freistoß sein Können zeigen. Danach kommt noch mehr Hektik auf im Spiel und der inkonsequente Spielleiter kann nur mit Mühe das Geschehen unter Kontrolle halten. Neudorfer Möglichkeiten sind in dieser Phase Mangelware. Danach eine spielentscheidende gelbe Karte. Christoph Radak schießt den Ball im Platz, weit weg. Der Schiedsrichter gibt wegen Spielverzögerung allerdings eine gelbe Karte. Der Druck der Neusiedler wird immer stärker und die Neudorfer kommen zu Konterschancen. Wie schnell das Spiel jetzt läuft, sehen wir in dieser ungeschnittenen Szene, als nach einem Freistoß der Neudorfer der Konter über Alexander Lex eingeleitet wird und David Dornhakl nur ganz knapp der Torerfolg verwehrt wird. Kurz darauf ist es allerdings soweit. Christoph Radak legt sich den Ball aus 25 Metern auf und trifft zum 2 zu 0 ins Tor. Wie wir in der Zeitlupe sehen, dreht sich der Spieler mit der Nummer 17 vom Ball weg, wodurch Rene Zechmeister kaum noch eine Abwehrmöglichkeit erhält. 2 zu 0 für den ASV Neudorf. Wenige Minuten später sehen die Zuschauer allerdings das erste Fall von Christoph Radak. Nach seiner gelben Karte für Gelbweg schießen bedeutet das natürlich jetzt Gelb-Rot, wodurch die Neudorfer mit einem Mann weniger auf dem Platz stehen. Die Neusiedler werfen jetzt alles nach vorne und wollen ihre Titel-Chance wahren. Immer wieder scheitern sie allerdings vor dem Neudorfer-Gehäuse. Die Zeit verrinnt, nur noch 8 Minuten zu spielen. Dann eine spielentscheidende Szene. Foul im Mittelfeld, der Schiedsrichter ignoriert dieses allerdings. Die Neusiedler reagieren ganz schnell und Mario Horvath kann den Ball aus Spitzenwinkel zum 1 zu 2-Anschluss-Treffen-Tor unterbringen. Die Neudorfer sind geschockt. Nur eine Minute später ist es Regionalliga-Kaderspieler Stefan Denk, der zwischen vier Neudorfern den Ballberghotz zum 2 zu 2-Ausgleichs-Treffen-Tor unterbringt. Neudorfer hat dann nur noch eine Tormöglichkeit. Doch Alexander Leck scheitert an René Zechmeister. Auf Seiten der Neusiedler hebt Christian Ebner den Ball übers Tor. In den Schlussminuten gibt es noch einen taktischen Wechsel auf Seiten der Neudorfer. Philippen Ramor kommt für Martin Welleschütz. Die Neudorfer-Verteidigung lässt kein Tor mehr zu und das Spiel endet mit 2 zu 2. Beide Mannschaften weiter ungeschlagen, für die Neusiedler allerdings ein Rückschlag im Titelkampf.